Sehr gut, Padawan. Der Weg ist frei. Wovon redest du? Ich brauchte dieses Grab. Ich hab, was ich wollte. Und du bist nutzlos für mich. Kannst du's rückgängig machen? Danke. Okay. Hoffentlich hält die neue Verschlüsselung sie draußen. Deine Suchdroiden-Steuereinheit. Wie ist das, andere Droiden zu hacken? Ja, ich find's auch komisch, andere Leute zu hacken. Für die gute Sache, richtig? Sollten die Mantis antworten. Thriller weiß wahrscheinlich, wo sie ist. Funktioniert der Funk? Ich hör sie nicht. Etwas stimmt nicht. Wir müssen zurück. Niemand hier. Glaubst du, das ist eine Falle? Wir sind schon in viele davon reingelaufen. Moment. Hörst du das? Ich Traum dich. Ich traue dich. Wir sind schon in der Rundfunkung. Ich traue dich. Ich traue dich. Ich traue dich. Es ist schön, aber in der Rundfunkneast. Der Jedi ist hier! Wir müssen dranbleiben! Ziel ist mobil! Jetzt hast du es mit mir zu tun, Jedi! Greife das Ziel an! Stimmt, BD! Direkter Treffer! Ich beobachte dich! Sieht euch das an! Könnte eine Falle sein! Es wird Zeit, das hier zu beenden! Dürfen wir im Stim zu, BD. Das ist viel besser! Hast du Spaß, BD? Das läuft gar nicht schlecht, oder? Ja! Hm? Ja! 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 Hoffentlich begegnet uns bald irgendein Tier ein Rebell oder sonst was. Hey BD, was ist das? Oh, du hast was gefunden. Arbeit weit! Ich denke der Lift wird zur unteren Ebene. Hilf uns beim Rückweg. Aufpassen! Alles im Griff! Er muss sein Fehler machen! Ah! Ah! Viel gefunden! Ich mach die ganze Arbeit nicht alleine! Er ist schwer zu verfolgen! Du wirst erledigt, Jedi! Und lasst euch nicht von ihm erwischen! Ich bin der Letzte! 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 Was ist das? Was ist das? Nimm das! Was hältst du davon? Kommst du nicht dran? Der Jedi wehrt ab! Hilfe bitte! Geh runter! Ich kann es kaum erwarten, für dich zu kassieren! Ich erfüll dir nass! Ich hab schon viel Schlimmeres erlebt! Ich schnauze! Ich schnauze! Ah! BD! Wo sind wir? BD 1? Hey Kumpel! Wo steckst du? WT? Ich muss einen Weg hier raus finden! Wer immer hier ist! Ist das ein Stromkabel? WT? 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 Es ist kalt, verbraucht. Wahrscheinlich tief unter der Erde. Was ist kalt, verbraucht. Das hat etwas bewirkt. Die Tür ist auf. Mal sehen, ob ich einen Weg hier raus finde. Ich glaube, ich werde beobachtet. Mein Lichtschwert ist weg. Das ist nicht gut. BD? BD1! Bist du das? Da bist du! Bist du okay? Ich hole dich da raus! BD1! 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 Hey, oh, ich freue mich auch, dich zu sehen. Ich nehme dir mal den Haltebolzen ab. Sie Idioten. Arme Droiden. Schnell raus hier, bevor uns dasselbe passiert. Das würde ich ohne dich tun. Das würde ich ohne dich tun. Kein Problem für dich, oder? So wird's gemacht. Got it? Oh. 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 Das hat jetzt Sturm. Wenn man mich eingesperrt hat, hat mein Lichtschwert. Raus, zurück. Aber ich glaube, die Energie muss anbleiben. Können wir da was anschließen? Untertitelung des ZDF, 2020. Oh, come on. Das war's für heute. Denkst du, es läuft, BD? Gut, hörst du? Da ist wohl doch jemand zu Hause. Hey, ich kenne diese Band. Oh, Wahnsinn, da ist unser Freund! Hey, wir haben schon gesessen, wie lange du brauchst, um herzukommen. Und wer bist du? Wer ich bin? Ich bin Zorn Pomo, Baby! Ich bin der Marsch dieser Operation. Du musst Greasy 4 antanken. Der hat uns beide zusammen gesagt. Das werd ich, sobald wir hier raus sind. Wir haben heute einen besonderen Herausforderer im Ring. Eine Verstrecke aus einer längst vergangenen Epoche. Eine Jedi! Mal sehen, was ihr braucht. Oh, er braucht doch sein Bild. Ich bin der Schau. Oh, dann bekommst du eine Schau. Ich bin der Blut unter uns, Monäten! Heute zelebrieren wir die gefallenen Herausforderer in die Vergangenheit. Und das von Ihnen ergreifte Ort. Denn es macht uns... gleich! gleich noch mal! Jetzt, Biddy! Das hat sogar ich gespielt! Hilfe, Biddy! Heute ist nicht dein Tag! Was für ein Gewächse! Das hat wehgetan! Das gehst du ganz schnell raus! Warum kommst du nicht runter und kämpfst selbst? Ich muss doch meine Credits zählen! Du hast recht. Du redest echt zu viel. Seht ihr, wie der Gedi abgeht? Das war gar nichts! Fass nur ab! Na, das nenne ich einen Schatz! Machen wir das Ding Platz! Ich schlafe dich mit was richtig Fiesen! Oh! Hier bleibt die Bräute weit auf Jalbek frei! Ich schlafe dich mit was richtig! Okay, in the land of the Hattatur. Das habe sogar ich kommen sehen. Da ist aber nicht das Gerät. Das Beste kommt erst noch. Unsere nächsten Herausforderer kennst du. Die Hatschie und Brunnsfleisch zum Anziehen. Hey, sieh mal! Genau wie ihr Denkenlohn kriegt. Du bist so gut wie tot. Gute Technik, Jedi. Das bringt mich nicht um. Oh! Du wirst nicht weit kommen, Jedi. Achtung! Hast du eigentlich eine Ahnung, wer das war? Ich bin nicht weit. Ich bin nicht weit. Es ist die Meldung. Das ist die Meldung. Es gibt keinen Turmel! Ich werde euch durch die ganze Galaxie sein, wenn es sein muss! Es gibt keinen Turmel! Ich bin mal für den Turmel! Ich bin nicht weit weg. Ich bin für deine Ur-Unden! Ich bin ein Turmel! Ich bin den Turmel! Ich bin nur der Turmel! Aber du bist okay. Ja, eine durchaus vermeidbare Komplikation. Zum Glück bist du jetzt da. Es gibt noch eine Komplikation. Das Imperium weiß von dem Holocron. Das ist nicht gut. Die gesamte Mission ist dadurch in Gefahr. Und ich hatte einen Plausch mit der zweiten Schwester. Thriller. Was hat sie gesagt? Sie sagte mir, sie sagte mir, ihr habt sie ans Imperium verraten. Ist das wahr? Sie würde alles tun, um die Mission zu gefährden. Ist das wahr? Sie war meine Schülerin. Vor der Auslöschung. Das hättet ihr mir sagen müssen. Da kommt eine verschlüsselte Botschaft von Kashyyyk. Marie? Kel, wir haben Taven. Und er ist bereit, dich zu treffen. Das ist nicht alles. Das Imperium hat uns in der Raffinerie überrannt. Saw ist daraufhin abgerückt. Einige von uns sind bei den Wookies in den Wäldern. Sei vorsichtig. Du auch. Später. Später. Das ist unsere Spur. Okay, sehr gut. Alles kommt wieder in Ordnung. Hey, Kleiner. Los. Wach auf. Können wir reden? Was? Können wir reden? Ich weiß ja nicht, was da abgeht zwischen dir und ihr. Ich vermute, es ist irgend so ein krasses Jedi-Ding. Aber ich fürchte, der Zeitpunkt ist nicht der beste. Das geht dich überhaupt nichts an. Doch, es geht mich was an. Wir ziehen das doch gemeinsam durch, oder? Hey, Kel. Ich habe einen Fehler gemacht. Und du wärst beinahe gestorben. Tut mir leid. Aber wir machen doch alle Fehler, oder? Gut, du vielleicht nicht. Hey, sei nicht so streng mit ihr. Du musst es ja nicht für mich tun, aber ihr beide seid das Allerbeste, was mir hier passiert ist. Bevor du gekommen bist, wollte ich nur ein gutes Blatt ohne Glückssträne ab und zu. Ich bin ein Spieler. So siehst du auch aus. Das Leben ist aber kein Spiel. Bevor ihr da wart, ist es mir immer noch um mich selbst gegangen. Und Geld wie Heu. Jetzt ist das nicht mehr so. Hey, Kleiner. Danke für die Samen, aber... Ich habe in meinem Terrarium noch viel Platz. Also, raus mit dir und bring mir mehr von dem Zeug. Klar, Grease. Was immer du sagst. Bist du bereit? Wissen Sie, trotz der vielen Action mit Ihnen beiden, sehe ich mir immer noch gern die Spiele an. Solange Sie Ihre Gewohnheiten im Griff haben? Oh ja, nein, natürlich. Ich bin nur ein Zuschauer. Keine Wetten oder sowas. Kein gar nichts. Wirklich? Ja, mir geht's nur um die Unterhaltung. Nichts ist schöner als ein paar primitiven Grobianen beim Kämpfen zuzusehen. Coole Moves und Ruhegeball. Captain, ich bin beunruhigt angesichts Ihrer Begeisterung für eine derartige Barbarei. Oh, ja, also, das ist wahr, völlig barbarisch. Aber trotzdem, irgendwie unterhaltsam. Okay, Junge, setz dich. Wir sind da. Wir sind da. Wir sind da.